Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 30. Januar 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 554 und ich habe heute euch die folgenden Themen mitgebracht. Huawei, 5G, Play Store, Today at Apple, Fortnite, Google.io, Gmail und Kodi. Ich beginne gleich mit Huawei, denn, wie soll ich sagen, weltweit, von den Amerikanern angetrieben unter anderem, will man ja 5G verbieten, also sprich, dass der Netzausbau über Huawei vorangehen soll. Man beklagt ja in Richtung Huawei, dass sie da Industrie-Spionage betrieben haben etc. und ein paar andere Dinge, die da nicht ganz koscher seien. Nun ist es auch so, dass in der Schweiz der Nationalrat oder Huawei und die Möglichkeit vom 5G-Ausbau in der Schweiz unter die Lupe nimmt, genauer bespricht, genauer anschaut, denn eigentlich war es klar, dass hier in der Schweiz das Huawei machen wird, zumindest bei Swisscom und Sunrise, denn bei den grösseren Providern soll das sowieso kein Ding sein, sprich, ja, wäre das angedacht gewesen. Nun ist es eben so, dass das neben dem Nationalrat dann auch der Bundesrat anschauen muss und dann schlussendlich, ja, wie sagt man dem so schön, eine Antwort liefern soll. Interessanterweise ist bei Sunrise ein bisschen mehr Verzahnung in Richtung Huawei als bei der Swisscom. Wir dürfen also ziemlich gespannt sein, wie das dann schlussendlich ausgeht und vor allem, wie sich das auswirkt auf den Ausbau vom 5G-Netzwerk. In Deutschland soll das, und jetzt komme ich zum zweiten Thema, ziemlich drassische Auswirkungen haben. Es soll sich insgesamt um zwei Jahre hinaus verzögern, der Ausbau von Huawei, vom 5G-Netz über Huawei. Die Deutsche Telekom hat gewarnt, dass aktuell ein grosser Teil der Infrastruktur sowieso schon über Huawei-Hardware ausgerüstet ist und wenn man da jetzt umplanen müsse, würde das eben bis zu zwei Jahren Verzögerung geben. Natürlich eine unschöne Geschichte. Die Frage ist, kriegen Sie es auch, wenn Huawei das Ganze macht, innerhalb der nächsten vernünftigen Monaten oder Jahren hin, ein bisschen ein Netz in Deutschland aufzubauen. Aber generell eine spannende Frage und ich bin gespannt, wie sich das eben weltweit umsetzen wird und eben generell halt auf die 5G-Verfügbarkeit. An der MWC jetzt dann Ende des nächsten Monats ist ja 5G eines der grossen Themen und da bin ich schon wirklich gespannt. Ich hoffe, dass bis dann schon einige Antworten klar sind. Wenn ihr ein Android-Phone euer eigen nennt und Probleme mit dem Play Store habt, dann seid ihr nicht die einzigen. Google hat gestern gegen Abend und auch in der Nacht erhebliche Probleme mit dem Play Store. Wie ihr das Problem lösen könnt, es gibt im Netz einige Geschichten, die so rumgurken. Man kann zum Beispiel in den Einstellungen unter Apps Benachrichtigungen beim Play Store den Cache quasi leeren, also den Speicher leeren der App-Dateien. Das soll dem einen oder anderen geholfen haben, vielen, wie ich gelesen habe, aber auch nicht. Ich würde sagen, da hilft am besten mal das Abwarten, bis Google das Ganze wieder gefixt hat. Ansonsten ein Reboot vom Smartphone tut manchmal auch gut. Und Apple hat angekündigt, und zwar 50 neue Today at Apple Sessions auszurollen. Das sind die Learning Sessions, die Apple bei seinen App Stores oder bei seinen Apple Stores, den Offline Apple Stores anbietet. Zum einen sind da Dinge wie eben Skills mit dabei. Man lernt mit GarageBand, mit Notizen und so weiter umzugehen, wie man das Ganze nutzt. Es hat Walks dabei, da kann man mit Leuten, die eben angestellt sind von Apple oder Freelancern, die das für Apple machen, rausgehen mit den Leuten. Ein Fitness- und Gesundheitswalk gibt es da. Viel populär sind aber natürlich die Fotowalks und Filmwalks. Da geht man eben mit einem professionellen Fotografen, Filmemacher raus und lernt, wie man eben mit einem iPhone zum Beispiel fotografiert. Der dritte Teil geht im Bereich Labs. Wen das interessiert, was vor allem auch da für neue Möglichkeiten mit dabei sind. Link dazu wie immer auf daily.geektalk.ch Weiter geht es mit dem Spiel Fortnite. Das hat nämlich für den einen oder anderen vielleicht ein wichtiges Update bekommen. Für iOS zumindest. Da gibt es jetzt MFI-Unterstützung für die ganzen Controller, die so unterwegs sind. Was heisst das? Ihr müsst Fortnite, wenn ihr möchtet, nicht mehr direkt am Bildschirm daddeln, also schiessen und steuern und so weiter auf dem Display. Ihr könnt das Ganze in einen Controller spannen, mit einem Controller, einem externen machen. Welche das da gehen etc. Da ist SteelSeries, Nimbus, SteelSeries, Stardust dabei, MadCats und GameWise Controller zum Beispiel. Es sind vier an der Zahl, die eben da unterstützt werden, welche eine MFI-Zertifizierung haben. Es geht weiter mit Google und die haben ein Update rausgehauen. Für Android und iOS kommt auch schon bald. Aber wie immer halt bei solchen Geschichten das Ganze passiert rollierend. Es gibt eine Design-Änderung, eine optische Änderung von der Gmail-App. Wie gesagt, für Android und für iOS. Wer es schon hat, wird ein bisschen schlichter, ein bisschen aufgeräumteres Design bekommen. Denn Funktionen gibt es nicht wirklich mehr. Aber ja, Optik kann manchmal auch schon helfen, würde ich doch sagen. Zu guter Letzt habe ich etwas, was ich Ende letzten Jahres noch korrigieren durfte. Eigentlich wollte Kodi 18 Ende letzten Jahres fertig sein und für alle ausgerollt werden. Es war dann nicht so. Die finale Beta kam dann raus, das hätte man laden können. Aber stabile Version ist jetzt da. Also ab sofort könnt ihr Kodi 18 für alle Betriebssysteme Windows, Xbox, Linux, Mac OS, Android, iOS und Raspberry Pi runterladen und in der 64-Bit-Version installieren. Was da Neues mit dabei ist? So vieles. Zum einen sind die Skins, also die Oberfläche, das Aussehen, sind einige neue dazugekommen. Es gibt ein Add-On für Zattoo. Es gibt einen speziellen Abschnitt Neues für Games etc. Alles Mögliche ist mit unter anderem da drin verbaut. Ich werde mir das auf jeden Fall runterladen und sobald ich dazu komme, dann auch mal auf einem oder dem anderen meiner Media Center nachinstallieren. Oder besser gesagt updaten. Das waren es, die Neuigkeiten, die ich heute für euch habe ausgraben können. Ich hoffe, es war etwas für euch mit dabei. Ansonsten morgen dann vielleicht wieder euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und ja eben, wir hören uns wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.